Also mich hat bewegt in die Politik zu gehen. Das war im Jahr 2010, dass ich für die Jugend, als Jugendgemeinderat in den Gemeinderat gekommen bin und habe nachher mit der Jugend gemeinsam in Alenckdorf ans Ketterplatz errichten dürfen. Gleichzeitig kam auch eine Freibad Offensive bei uns gestartet, wo unser Badumbau gestartet wurde. Wenn ihr ans kommende Jahr denken darf, da blicke ich sehr zuversichtlich. In das neue Jahr bei uns in Alenckdorf haben wir bereits im Vorjahr mit dem Neubau eines Kindergartens begonnen. Wir bauen ein viergruppiges Haus gemeinsam mit einer Gruppenpraxis in Alenckdorf, wo dann zwei Ärztinnen bei uns in Alenckdorf koordinieren. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.